ja hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Fly Elite Dangerous wir sitzen hier gerade noch auf dem Grund rum und ich habe tatsächlich mit Glück die richtige Farbgebung gleich gefunden die auch zu dem inneren vom Clipper passt damit das hat einheitlich aussieht würde ich sagen passt oder was sagt ihr passt so heben wir mal ab weil wir sitzen immer noch auf dem Planeten ja fest wo wir natürlich nicht viel gefunden hatten so ich hatte gesagt wenn wir jetzt ja kein großes Glück haben auf dem Planeten dann versuche ich mal zu einer Ressource Extraction Site und versuche da mal ein paar Materialien zu sammeln wir brauchen ja eh alles mögliche eigentlich weil wir haben ja mehrere engineers weiter Felicity zum Beispiel war es glaube ich das ist das Frameshift Drive oder ist das ja FSD Range genau hier haben wir den Power Distributor das einzige was mir ein bisschen Kopf zu brechen macht ist das mit der Firmware hier weil äh äh das ist ein bisschen Mission Contracts oder Salvage from Sickness Sources bäh Sickness Sources angucken ist ja nicht so meins wie komme ich wieder zurück so Multi Cannons und da unten ist nochmal Shield Generator ach so was ist damit ja eigentlich wir haben ja noch nicht mal wir müssen jetzt mal Sonntier Relics holen und Irgendwie sehen die Gesichter ein bisschen komisch aus habe ich das Gefühl Also bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe habe ich auch ähm Meine Grafikkartentreiber geupdatet ne und das muss ja jetzt nicht unbedingt immer was Gutes bedeuten Aber der Rest scheint hinzuhauen na gut was soll es werde ich mal beobachten Ansonsten finde ich das Blau ganz komod Passt zumindest zum Clipper Blau Boah schönes Bild Schönes Bild Nein Was denn jetzt warum Wanted Federal Assault Ship Es musste ja auch gleich wieder ein Assault Ship sein ne Ist klar Ob das mich jetzt auch in die Bisschen die Ressource Extraction Site Verfolgt Ich hab leider ja Weil wir ja so viel Zeug mitnehmen müssen Keine Schild Booster dabei und auch noch nicht das beste Schild drin Und allgemein Sind wir ja so eine Mischmasch Ausrüstung Die jetzt nicht fürs Hardcore Kämpfen gedacht ist Deswegen Ist so ein Kampf gegen so ein Assault Ship mit meinem Clipper gerade glaube ich eher die weniger gute Idee Ich muss erst mal sehen wie gut ich jetzt mit meiner Bewaffnung EDC hier klarkomme Und mit meinem Schild Wird sich jetzt zeigen Power Distributor verbessern ist auf jeden Fall dahingehend ne gute Sache Man Hat sozusagen Einfach mehr Energie für alles übrig Das heißt man kann Bei dem Schilden Ist es mir noch nicht ganz transparent Wie das Dann jetzt funktioniert wenn ich meinen Power Distributor verbessere Weil Es ist ja nicht das Problem dass mir die Energie fehlt Dass es Recharging nicht schnell genug geht Es ist ja eher Desto mehr Energie in die Schilde desto mehr erhalten sie ja Was Aber das ist ja meistens so Im Sinne von Ob man nun ein oder zwei Energie Plips rein Oder drei macht Hat ja nichts direkt mit der Energie zu tun Deswegen Keine Ahnung Funktioniert denke ich eher noch ein bisschen komisch Das ist die Frage Kollektor aus links Multikannels Da Ach ich frage aus wie gut manövrierbar das war Federal Security Agent Schön Bist du zufällig wanted Du siehst zumindest aus wie ein Pirat Ja Du bist mit Keine Ahnung Ist egal Probieren wir es mal so Oder eher so Ich probiere mal Mal sehen wie weit wir da kommen Er hat schon seinen Chef rausgeworfen Ich bin gerade erstaunt wie Manövrierbar dieser große Clipper war So Probieren wir doch jetzt gleich mal die Multikannons aus Achso Wir haben ganz schön viel Chef Mittlerweile wird es sich glaube ich sogar anbieten Äh Ohne Gimbal Aber mit der aktuellen Bewaffnung komme ich Klar wenn ich bloß zwei Blips in die Waffen stecke Da haut der ja dauert Chef raus Ja Dauert trotzdem noch relativ lang Aber ist okay Achso Der war jetzt noch wanted oder Ja komm Du noch schnell Da ist er uns davon geboostet Komm bleib stehen Nicht so weit weg Ich habe dich nicht so Diese Einschusslöcher sehen echt cool aus Irgendwas haben wir gerade zerschossen Okay So Frachtluke auf Ich habe nichts besonderes Ein Ausgewählt Wie es mir auch schon gesagt wurde Ja genau Hier findet man auf jeden Fall ein paar Materialien Salvaged Eloise Focus Crystals Ja holt mir alles bitte ans Schiff Das können wir uns vielleicht von außen gleich mal anschauen Hä Seit wann sind wir denn grün? Ich war doch letztens noch nicht grün Sieht auch okay aus Trotzdem war es mir so Dass ich letztens noch nicht grün war Da ist unser Cargo Hedge Würde ich gerne mal reinschauen Ist das nicht auch das Wo es unser Fahrzeug raus Wirft? Ja es ist doch das Sieht genauso aus Wundert mich Dass man heute so nah heranschauen kann Ich glaube das hier wäre ein lustiges Thumbnail für die Folge Keiner weiß was damit anzufangen Achso Seid ihr schon fertig? Wo seid ihr? Schwebt ihr hier rum? Oder kommt ihr wieder? Oh jetzt Okay Dann müssen wir No wallet collection targets Da ist aber noch was oder Ich würde es ja gerne anwesieren Aber sobald ich das mache Sind ja dann unsere Drohnen In fort Aber sie Ich glaube wir können ja wieder Bremsen 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 So Geht los Das Geräusch ist auf jeden Fall sehr cool Muss ich sagen Es ist auch wieder ein Bild für die Götter Dieser Planet da Und dann Ja Wir hatten dann tatsächlich mehr damit zu tun Zeit mit Einsamen zu verbringen Anstatt Ist gut Anstatt mit kämpfen Dann Wenn man so Sachen sammelt Haben die Inhandung was an den Texturen gemacht Ich meine es kam ja jetzt ein kleiner Patch raus Und ich habe mich damit überhaupt nicht befasst Keine Ahnung Irgendwie habe ich das Gefühl es läuft besser Warum auch immer Eine Anaconda Achso Security Service Bist du bös? Ja Probieren wir nochmal Unser Glück Ich bin natürlich ein bisschen feige Weil man ja hier auf die Hilfe Na ja Ihr wisst schon Da Security hoffen können Ah Ist nicht so weit Nicht so nah Er deployed gerade Hardpoints Was denn jetzt? Ne Nicht mich anvisieren Ich gehe schon aus dem Weg Glaube ich zumindest Er fliegt gegen Astioriden So Wir mussten bis jetzt noch keinen Chef einsetzen Bis jetzt Ich mach's mal Das doof ist wenn ich die vertikalen Truster nehme Sind halt die Truster die nach vorne gehen Sehr langsam Wo boostet er jetzt hin? Okay er hat auf jeden Fall Weitaus mehr Chancen Unsere Schilde Kaputt zu schießen Als wir seine Und wir bekommen auch heftig Schaden Sehe ich gerade Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr an unsere Schilde setzen sollen Er wird schon irgendwie beschossen glaube ich Target Cargo dropped Cargo dropped Weee Ist ja ein ganz schönes Durcheinander hier Target Shields offline Ist doch nicht wahr Ja nicht bloß auf uns schießen Du wirst von mehreren angegriffen Die sich mal ein bisschen weilen könnten Übrigens gesagt Ich schau auch Gibt's doch nicht In unsere Schilde wirklich so schlecht Ich bin mir gerade nicht sicher Das ist doch der einzige der uns angreift oder? Der hat vor allen Dingen schon wieder Türme drauf Naja dafür gab's einiges an Bounty Muss ich sagen Cargo skip deployed So Collector Limpets Hallo Ach Die sind noch aktiv Hab ich überhaupt nicht mitbekommen Tatsächlich Krass Halten die jetzt länger oder was? Ja okay Also mit dem Kampf gerade eben Kann ich mich nicht rühmen Aber Es ist halt Ich finde diese Diese Türme Die machen den Dodge Fight kaputt Im Elite Dangerous Ich sag mal Wenn ich jetzt ein Schiff hab Das wirklich groß genug ist Dann darf das Slots für Türme haben Aber wenn so ein Fürthalongs oder Keine Ahnung Eine Cobra oder irgend sowas Irgendwie hier mit Türmen Ankommt Finde ich das reichlich unrealistisch Und Das Ding ist Dann kann man auch Also ich meine Was soll ich machen Aus Pilot Ich kann Ich bin schwerfällig Ich schaff's auf jeden Fall Nicht die ganze Zeit Hinter dem Viertel Anx zu bleiben Da geht's schon wieder ab Hinter dem Viertel Anx zu bleiben Ich schaff's auch Definitiv nicht Den jetzt irgendwie Immer auszuweichen Weil dadurch Dass er Wenn der Türme drauf hat Trifft er mich ja Aus fast jedem Winkel Irgendwie Permanent Und das ist dann Eine reine Hardware-Sache Ob ich das dann Nun überlebe Oder nicht Muss ich sagen Finde ich eher bescheiden Das Dadurch Ist der Dodgefight Ein bisschen kaputt Mitunter Mitunter Nicht nur Weil wenn Die Sachen Ah da war es verloren Ne irgendwie nicht Oder Ich kann mal kurz aufmachen Ne wird nichts geholt Ne muss ich wirklich sagen Es nervt mich ein bisschen Weil Warum haben sie das Spiel Eigentlich gemacht Mal wieder richtig Guten Weltraum Dodgefight Dafür steht ja das Spiel Eigentlich Eigentlich Aber Mit solchen Zeug Machen sie es halt Leider wirklich kaputt Hey die ist wanted Ich warte mal Bis die Security Anfängt drauf zu schießen Da bin ich jetzt feige Geh mal noch Eins in die Waffen Und mit dieser Konfiguration Werde ich jetzt Kämpfen Powerplant Na mal sehen Wenn die ersten Schüsse fallen Und da bin ich jetzt Und da bin ich noch Und das ist Und da sind die